So, Frau Lerner von Hardenbeck. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Lassen Sie schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz. Und dann, wenn das Blut in die Kanüle fließt, ein endloser, dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. Einschließlich Uni? Meinetwegen. Jetzt mal im Ernst. Du hättest mehr Sex haben sollen. Da bemüht man sich ewig nicht als Sexobjekt gesehen zu werden, bis man es dann überhaupt nicht mehr gesehen wird. Aber ich sehe dich. Du hättest mehr Zeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020